öfters und meistens erfolglos sich zu verändern. Ich habe das zum letzten Mal versucht, 1989, da war ich also verheiratet, Familienvater, und habe also wirklich so tatsächlich ernst gemeinte Sprüche von mir gegeben, wie ich habe enorme Lust auf Bürgerlichkeit, am nächsten Tag haben 400.000 Fans die Platten in den Laden zurückgebracht. Das war es also nicht.